Ich muss... Ich muss... Ich muss meine Flücht Ich muss die Heidem damit Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Komm mir mal hin Tja... Ein schnelles Ende von ihm, Jungemann Da hat gleich jemand gekloppt Gänsehaut beginnt schon wieder zu wirken, aber ich hätte nie wieder das Spiel wie ich will. Hier ist eine Lagerfolie. Also Lagerfolie. So, hier rum. Ich bin auch noch glücklich, wie wir hier haben. Richtig glücklich, die Kinder spielen hier. So. Da ist wahrscheinlich Hotel, wo wir hinfahren sollen. Kommen wir erstmal nach rechts und gucken wir erstmal nach rechts. So. Was für ein Upgate. Das ist hier später. Also Gator sage ich dazu nur. So, guten Tag die Herren. Guten Morgen. Ich hätte ganz gerne das Medi-Paket. Was haben wir hier? Ich spiele schon Musik. Cool. Cool. So, was haben wir denn hier? Sprecherpunkt. Sprecherpunkt. Jawoll, ein Hammer. Jawoll, Magaziner. Oh nur, ich habe so Schiss gerade hier. Ich habe das Gefühl, dass wir verfolgt werden. So, speichern wir erstmal ab hier. Und gehen weiter würde ich sagen. Das ist nämlich eine Tür. Ich habe gerade komische, creepy Geräusche gehört. Ich habe gerade mal geklappt. Ich habe gerade mal geklappt. Ich habe gerade mal geklappt. Was ist das denn hier? Stefano Collected? Really? Stefano? I cried day and night. Please come back. I kept repeating it in the dark. No answers. Just the sound of my own dream. Ich weinte Tag und Nacht. Bitte kommt zurück. Ich habe es immer wieder wiederholt in der Dunkelheit. Aber keine Antwort. Nur der Sound meines eigenen Beschlurzens. Das geht. Das geht. Das geht, das geht. Oh, du fack. Das geht, das ist so gut. Das ist so gut. Ich hab mich grad tierisch erschrocken und hab mich grad richtig hart verharmt. Tut mir der Hals ein bisschen weh. Oh fuck ey. Aber nichtsdestotrotz... Wollen wir mal White Regain? Da oben scheint nichts zu sein. Kannst aber aber gerne mal umgucken. Hier ist... ...so ziemlich... ...lischt. Alter ist das finster hier einfach. Und äh... Oh, wir wollen mit Ryan gehen, ne? Ist hier irgendwas? Hier, hier... Nein. Hier ist zu, ne? Aber wir haben einen Schlüssel bekommen. Wenn der hier überhaupt hier reinpasst. Total Key! Könnte das Gregors Schlüssel sein? Oh ja. Boah, ich hab mich grad so hart erschrocken, Junge. Boah... Mir schläuft die Suppe hier aus dem Gesicht runter. Boah... Wenn wir das aufhören... Ich kann an, ob draußen, wenn mir regnet. Nice! Oh! Wer ist da? Robunzka? Ist das du? Ja. Oh mein Gott. Meine Entschuldigung. Oh mein Gott. Wer hat dich in diese Wachentale gebracht? Ich hab gerade einen Stöhn auf dem rechten Ohr. Das ist echt cool. Ich hab gerade einen Stöhn auf dem Rechten. Oh, du bist definitiv falsch. Oh mein Gott. Loh! Loh! Ich hab dich in die Stöhn. Ich hab dich in die Stöhn. Ich hab dich in die Stöhn. Ich hab mich in die Stöhn. Warte hier. Loh! Was ist das Ding? Ich hab nur noch was am Leben. Ich spiele was anderes. Glaube ich. Oh du bist hier irgendwo so ein Stöhn auf dem Ohr. Der kommt von über mir. Jetzt ist es weg. Jetzt ist wie er da. bestimmt so ein geiler Sack oh ja ein Elch Mami ich bin jetzt zum Ammo ich benutze hier gerne meine Herpes hat wieder zugeschlagen du hast noch etwas du hast noch etwas Ammo 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 hier noch etwas hier noch etwas hier noch etwas als das Nein wollen wir erst mal da hinten schauen erst mal hier ob hier etwas geschönt haben außer eine Eine Base die ich wahrscheinlich kaputt geschossen habe aus versehen Hier ist nichts Hier ist auch Außer im Klavier nichts Stockbooster Hier geht es auch noch rein Ein Schuh Eine Leiche Was passiert hier? Kann ich das aufheben? Kann ich das aufheben? Jawohl Durchfall Das sieht aus wie eine Schleipspur mit Durchfall Anders kann ich mir dies nicht erklären Hier ist Gott sei Dank zu Gott sei Dank zu Hier ist zu Hier ist zu Hier ist zu Gott sei es gedankt Minium Gott sei es gedankt So Gehen wir mal hoch Gehen wir mal ein Stückchen weiter nach oben Oh Dort liegt jemand Fröhlich vor sich hin Entschuldigen Sie bitte Ich war es nicht Entschuldigung Wenn Sie sich umgezogen haben tut es mir leid Oh Oh nur witzig Ich habe ein Stückchen so ein notgeiler Bock ins Ohr Einfach nur Ich will deinen Arsch anfassen Notgeile Stück Munition Was? Wär mal Kakao Wär mal Kakao Wär mal Kakao Lampen 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 Schätze mal wenn es hier nicht weitergeht Boah Boah macht das doch nicht Ihr müsst doch auch nicht bei euch zuhause durch die Gegend rennen Geilen kleinen Lutschis hier Klein geilen Kotfresser hier Boah Was ist das denn? FMG 42 Lasst mich das nehmen Donate or finish this mod to unlock these weapons Als ob ich das jeder nach wieder spielen würde Lutschi Das konstante schreien Das konstante schreien Hat mich nachts wach gehalten Ich konnte es einfach nicht mehr tragen Mama Sechensecker Sexy Ist irgendwas? Ja nein vielleicht Oh Wie geht's mit dem Geht ihm Schon die Düse richtig Er leck mich am Arsch Jetzt nischt Hör mal Das Trollig ist kommen Ich muss mich schneller mit ihm schießen Nichts Jetzt nischt Leute 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 Was ist das? Wie ist das eckig? Was ist das? Aua Hört nach Jimmy Au Du mieser kleiner Lutschi Was bist du denn? Widerliches Stück Scheiße Widerlicher Hurenblock Alter Du siehst aus Wie nach einer 20 Stunden Verführung Ey Von den Hagen das oder so Widerlich Widerlich Alter Wie geht's durch die Pumpe ne? Jetzt mach ich noch witzige kleine lustige Sprüchchen hier Ja aber jetzt geht mich schon Oder wird's Jetzt läuft mir schon Tröpfchen in der Hose Ich bin immer noch so'n still nach vorne Ist das keiner? Ist immer noch keiner? Ist immer noch keiner? Natürlich 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 Hier jemand? Alter ist da Du musst da hin Munition Und eine Schere Vergabe Scherelicht Verwechsel deine Zinsen Gibt es hier noch was? Ich muss ja Stefanos collecten Damit ich so richtig geilen Shit droppen kann Oder wird's Ist hier irgendwas? Muss ich hier irgendwas laufen? Das macht mich ein bisschen Kirre Hier ist ein Buch Zum Abspeichern Nice Ich höre ne Uhr ticken Das muss mich ein bisschen fertig machen Den krieg ich als ob er Herpes hat Ohne Witz mein Und scheint jetzt weiter zu gehen Da haben wir auch Aber gut Wir speichern ab Ja Und das war's denn für heute auch schon Mit The Forgotten Ones Ich bedanke mich dann herzlich für's zuschauen Und würde mich auf jeden Fall freuen Wenn ihr ein bisschen Feedback da lasst Zu diesem Nicht cool War ein Kameras von mir Zu diesem Wäre geil wenn ihr einkommen Ein Feedback zu diesem Mega geilen Mod da lasst Das Spiel ist Mega fucking gruselig Meiner Meinung nach Und die Stimmung ist einfach nur Mega Aber Ja Mega fucking gruselig Deswegen Ich auf jeden Fall auf Feedback warte Und Es wird auf jeden Fall weitergehen Wenn Ich weiß nicht Wenn Feedback da ist Weil ich weiß ja nämlich nicht Wie dieses Wie generell Ein Horrorprojekt bei euch ankommt Ich würde mich aber freuen Wenn ihr dann einen Kommentar da lasst Ein bisschen Feedback Und ein Abo natürlich Und bedanke mich dann Und Heißt dann Bis zum nächsten Mal Und Bis zum nächsten Mal Ja Das heißt Let's play The Forgotten Ones Mein Name ist Samuel Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal